Ich dachte mir, ich könnte auch etwas verkaufen. Willst du gebratenen Schnee? Nur 5G. Nein, keinen gebratenen Schnee. Du hast recht. Ich sollte noch viel mehr berechnen. Ich dachte mir, ich könnte auch etwas verkaufen, ja? Ich glaub, das bringt nix. Gebratenen Schnee, da schmilzt er einfach nur. Okay. Dufteinstufung. Schneeduft, Schneemann. Weiße Bewertung, kann gelb werden. Kann gelb werden, schön. Gelber Schnee, den sollten wir nicht unbedingt schnüffeln. Unverdächtiger Duft, Welpe. Blaue Einstufung, Duft des Herumrollens. Komischer Duft, Menschen. Grün. Grüne Einstufung. Unbedingt vernichten. Ich weiß nicht, ob ich... Warum hast du einen Linkfilter? Weil Spambots herumgehen. Habe ich auch schon gehabt, deshalb habe ich ein Linkfilter drin. Moment, ich schaue ganz kurz, was das ist. Wann hast du den Screenshot gemacht? Moment, kann ich den Screenshot kurz einblenden? Wann habe ich das bitte gemacht? Wann habe ich das bitte gemacht? Ich schaue aus wie ein Hund, wie ein räudiger Hund. Oh Gott. Soll ich da anläuten? Ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Seines. Seines. Seines? Ihres. Ihres und seines. Seines und ihres. Wie du gegen einen Hund gekämpft hast. Ah ja, ich habe gehechelt. Das ist schön. Und sowas wird natürlich direkt als Screenshot abgeschweigert. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist furchtbar. In diesem Schneehaufen ist eine Kamera. Kann ich die mitnehmen? Offenbar nicht. Eine Kamera? Eine Kamera? Das ist merkwürdig. Ich komme da gar nicht runter. Ah, wow. Wow. Es ist ein Loch. Oh mein Gott, ein Loch. Ja. Vielleicht muss der Schneeball ins Loch. Kann ich den nicht bewegen? Sieht aus wie ein Schneeball. Tatsächlich. Es ist ein Schneede... Dekaerer. Oh, ein Dekaerer. Der feine Herr ist Mathematiker. Mensch. Ich hoffe, du bist der Schneeball. Du bist bereit für... SANS! Wo ist das Rätsel? Es liegt gleich dort. Auf dem Boden. Vertrau mir. Es wird... Er wird es niemals bewältigen können. Monster Kids-Wortsuche. Hey, Kinder. Könnt ihr bei der Lösung helfen? Fall. Kann ich da mit der Maus neigen? Ähm. Wie... Wie... Wie kann ich... Ähm. Wie kann ich... Wie kann ich das auswählen? Nimm das Kreuzwort Rätsel Junior Jumbo. Wie... Wie... Wo... Wie kann ich das auswählen? Habe einen Clip gemacht von dem Screenshot. Auf Discord gepostet. Oh nein. Ein Clip auch noch. Werde ich mir danach abspeichern und anschauen. Geh einfach zu SANS, okay? SANS! Das hat gar nichts bewirkt. Ups. Ich... Ich wusste, ich hätte lieber ein Kreuzwort Rätsel nehmen sollen. Was? Ein Kreuzwort Rätsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass sie das gesagt haben. Wer kennt's? Meiner Meinung nach sind Kinder-Bord suchen am schwierigsten. Was? Ist das dein Ernst? Diese kinderleichte Spielerei? Das ist für Kleinkinder. Un... Unglaublich. Mensch. Löse unsere Debatte. Was ist schwere? Wortsuche oder Kreuzwort? Ihr zwei seid komisch. Kreuzwort Rätsel sind so einfach. Es ist jedes Mal die gleiche Lösung. Ich will einfach alle Fälle mit Z. Denn jedes Mal, wenn ich ein Kreuzwort Rätsel sehe, kann ich nur... Papyrus. Der hat einen komischen Sinn für Schwierigkeiten. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. So ein Penner. Okay, warte mal. Papyrus. Okay, das ist keine Ahnung. Ist das das Kreuzwort Rätsel? Es ist eine Notiz von Papyrus. Mensch! Bitte geließe diese Spaghetti! Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist. Nur um dich zu ködern. Du wirst so mit dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Vortritt einzuhierst. Erneut ausgedreckst vom großen Papyrus. Papyrus. Was ist das für ein Idiot, dass der das schreibt? So ein Idiot. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages einen Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen. Er füllt dich mit Entschlossenheit. Gespeichert. Nein! Doch! Oh! Ja! Das ist schön. Ich frage mich, was passiert, wenn du Toriel anrufst. Das habe ich letztes Mal schon probiert. Ich kann es noch einmal probieren. Letztes Mal hat sie nicht abgehoben. Ich probiere es noch einmal. Toriel's Handy. Toriel's Handy. Es geht niemand heran. Toriel. Ich vermisse Toriel. Ich mag Toriel. Ich mag Toriel. Das Mauseloch. Können wir da irgendwas machen? Ich habe nur die Maus. Hast kein Guthaben mehr? Ja, wahrscheinlich. Einfach kein Telefonguthaben mehr. Warnung. Hundehochzeit. Mit den Schneehaufen kann ich nichts machen. Okay. Da sollte ich vielleicht nicht drauf... Cherry ist dabei. Wenn ein Cherry wahrscheinlich. Gut. Eiskappe müssen wir zuerst sprechen, soweit ich das in Erinnerung mag. Ich denke gerade, Leute. Dann denke mal schön. Cherry erzählt jedem, dass er auf die Toilette muss. Schnee? Nein. Das sind Hutreste. Oh, oh. Das war natürlich sehr schlau. So, ich kann ihn jetzt aber, glaube ich, bestiehen. Sehr gut. Er schmilzt in seiner Hand. Wow, Leute. Ihr seid schlecht. Ich glaube, das ist ein Hater. Er schreibt Kommentare auf YouTube. Eiskappe gibt es nicht mehr. Okay, wir können jetzt, glaube ich, den anderen Ben & Cherry absolvieren. Hat das funktioniert? Das hat funktioniert. Wir haben 22 Gold erhalten. Es hat tatsächlich funktioniert. Wow. Cherry kann es abschimpfen und er haut ab. Er hat auch so nichts mehr gemacht. So, was ist da unterhalb? Das will ich jetzt wissen. Okay. Muss ich das freiräumen oder geht das auch so? Ich glaube, ich kann es freiräumen. Das schaut zumindest danach aus. Aber ob es sowas bringt, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein X. Ich glaube, das ist eine Karte. Das schaut sehr aus wie eine Karte. Das sollten wir uns vielleicht merken. Die sollten wir uns vielleicht merken. Ich kann sie aufzeichnen. Einen Moment. Ich zeichne die kurz ab. Cherry geht nie das Benzin aus. Es ist Cherry Can. Wie? So, da habe ich Papier. Da steht noch oben, ich kündige in Spiegelschrift. Großartig. Danke, OBS. Aber ich kann da was draufzeichnen. Einen Moment. Man weiß ja nie, wozu es nützlich ist. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht gehört. Ich bin am Mikrofon angestoßen. Okay, wir haben da den Eingang. So, da ist eine Säule, oder was das ist? Da auch. Da oben. Da ist ein X. Und da ist nochmal eine Säule. Und da unten auch. Da ist eine Mauer. So, habe ich einfach mal aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber ich habe es einfach mal gemacht. Die Karte ist doch von da, wo du stehst. Oh. Oh. Ahem. So genau habe ich gar nicht geschaut. Habe ich das gelesen? Ich glaube, das habe ich gelesen. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick. Gut. Dann habe ich das somit gelöst und es ist hinfällig. Wow. So. Eiskappe. Wieder ein guter Treffer. Oh. Ich soll nicht auf den Chat schauen, während ich kenne. Ich bin schon wieder fast tot. Cherry Can't. Ich wollte gerade sagen, Cherry Can't. Danke. Jetzt habe ich Cherry Can im Kopf. Und ich lese immer Cherry Can't statt Cherry. Gesundheit. So. Eiskappe kann man jetzt bestehlen. Wir müssen ihn nicht einmal bestehlen. Wir können ihn direkt nadeln. Melly hat mich jetzt schon eingeholt. Wow. Peinlich. Peinlich. Cherry nie. Ohne seine Nase zu verdecken. Stimmt. Abservieren. Die. Macht nix. Du versuchst zusammen mit den anderen Monstern Cherry abzuservieren. Da finde ich es so gut. Es schmeckt so gut. 15 Gold erhalten. Passt. Und jetzt komme ich wahrscheinlich unten durch. Habe ich einfach mal umsonst aufgezeichnet? Ja, was soll's. Ja, genau. Ich komme durch. Und das sind die Hunde, oder wie? Die schauen aus wie Snoopy mit Kappe. Voll so Emo-Snoopies. Was ist das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. Oh. Hm. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Hundepaar greift an. Schnuppern. Herumrollen. Ach schön. Kann man uns jetzt einfach herumrollen, oder was? Wir streicheln ihn. Oh oh. Wir können nicht streicheln. Boten weg, du muffiger Mensch. Ist das nicht, was? Ist das nicht dein Ehemann, hä? Was? Wow. 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 Ja, das her. Wow. Zum Glück war der letzte Speichelpunkt nicht zu weit weg. Ja, ich bin halt auch so. Oh. Oh, ah, das war knapp. Ah, das war, das war sehr schau. Cherry gibt. Ich glaub, Cherry ist... Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Naja. Egal. Passiert ja nix. Riecht nach Cherry. Gnade, verschonen. Nun, kannst du mich nach Hause fahren? Cherry isst pudriges Essen und leckt laut seine Hände. Ähm, was? Nein. Hab ich nicht gemacht. Und ihn müssen wir zuerst einmal, ich glaub, absolvieren. Du warst siegreich. Oh Gott. Ich hab grad, ich hab grad noch den Screenshot offen von, von Gardewa, glaub ich. Ich hab grad rüber geschaut und... Hab mich fast schon wieder vor mir selbst erschrocken. Der Blick ist auch einfach zu psycho. Okay. Ah ja, ich komm wieder... So, jetzt komm ich wieder unten herum. Jetzt komm ich unten durch. Ich bin so dämlicher, ich hätte speichern sollen. Ach komm. Hm. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. An einer ganz bestimmten Körperöffnung. Und es gefällt dir. Was? Aber du riechst genauso seltsam wie zuvor. Wie kann ich da ausweichen? Wie, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich... Ich hätte speichern sollen. Wie, Overtail wird, glaub ich, nicht kommen. Hm. Overtail. Melly, bleib entschlossen. Ich glaub's ja nicht. Ich speichern jetzt, nachdem ich... ...den einen oben besiegt hab. Und ich nehm gerne Tipps entgegen, wie ich den besiegen kann. Hm. Weil ich hab keine Ahnung. Hm. Ah, das war er. Hm. Hm. Mittlerweile funktioniert es ja einigermaßen mit den Fällen. Immerhin etwas. Nimm Lebkuchen, ja. Ich kenn zwar nur gekaufte, aber nimm Lebkuchen. Jetzt kann man ihn wieder bestehlen. Man muss unter den Äxten durchgehen, nur einen kleinen Platz, der dann da ist. Unten durch, okay, ich versuch's. Ich schau mit den Clips nachher dann an, wenn ich mit, mit Undertale fertig bin. Ich wollte jetzt auch schon sagen, Overtail. Wie spät ist es, ist es noch überhaupt nicht spät. Ähm. Cherry. Abservieren. Und das Eis kann man verschönen. Oder natürlich in, in ein kühles Getränk werfen. Warum auch nicht. Und jetzt werde ich... Jetzt werde ich speichern. Dann müssen wir wenigstens das eine nicht mehr machen. Dann müssen wir wenigstens das eine nicht mehr machen machen. Und das ist das eine nicht mehr machen. Dann können wir manchmal rauskommen. Dann müssen wir einmal auf die Mitte von den L's nachdenken. Dann können wir mal richtig spät. Amen.